Wir sind von der Expedition für das Wissen. Ich heiße Lotte. Ich bin Julia. Ich bin Thomas. Ich bin Dominik. Ja, wir sind zwar Startler, fast Startler, aber die Welt ist es noch nicht und darum müssen wir uns noch einen Moment gedulden, aber wir werden bald kommen und eure Fragen sammeln. Bis dahin, tschüss!